Hi, ich bin der Peter. Ich stelle euch heute die Deckenleuchte Piano von der Firma Crossman Leuchten vor. Wie man hier schon erkennen kann, ist das mal von der Form her was ganz abgefahrenes und modernes Cooles. In der Leuchte sind hier jeweils die LED-Streifen verbaut. Die Leuchte gibt es in zwei Größen. Ich habe hier jetzt das größere Modell in der Hand, ca. 1,15 m lang. Bei der kleineren sind die Module nicht versetzt wie hier, sondern parallel im Abstand. Was das Schöne an der Leuchte ist, das ist jetzt ein hochwertiges Aluminium, wie die Leuchte verarbeitet ist. Wir haben hier 50 Watt LED, das sind über 5000 Lumen, kann ich mit über 250 Watt Halogenlicht vergleichen. Das heißt, aus der Leuchte kommt richtig was raus. Ich empfehle die Leuchte immer in Küche oder im Wohnbereich, da wo ich es halt richtig hell brauche. Schlafzimmer wäre es mir jetzt persönlich etwas zu hell. Aber ich habe von der Form her mal was ganz einzigartiges. Ich hoffe, das Video hat euch geholfen. Wenn ihr noch eine Frage habt, könnt ihr mir gerne eine Mail schreiben oder einen Kommentar. Ich empfehle schon mal. Vielen Dank.